Halleluja! Ja, wir sei gelobt, wir sind in Stuttgart, und der Herr hat uns Gnade geschenkt, damit wir das Wort teilen können, und wir wollen beten, und vorher wollen wir euch alle grüßen. Der Herr hat an uns gedacht und an euch. Er schenkt uns Gnade, haltet euch gesund, und uns auch, bleiben wir auf dem richtigen Weg und gemeinsam mit dem Wort, das uns gegeben worden ist, bis ans Ende unserer Tage, weil es ist eine schwierige Zeit. Ja, wir loben und preisen dich für deine Liebe, für deine Gnade. Mit deiner Gnade, mit deinem Geist sollst du uns führen und leiten. Im Namen Jeschua. Amen. Wir schauen uns heute einen Vers in Galater 5 an, und zwar den Vers 1. Was sagt der Herr uns dort? Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest, und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ich möchte euch schnell erklären, um diesen Vers nicht falsch zu verstehen. Es gibt nämlich Prediger, die diesen Vers blödsinnig auslegen, und zwar ihnen zufolge, heißt diese Freiheit, dass man alles tun kann, mit einer Frau schlafen, stehlen, alles was man möchte. Aber die Freiheit, die der Messias uns gegeben hat, ist eine Freiheit, die ihn sein Leben gekostet hat, und sein Blut. Deswegen dürfen wir mit dieser Freiheit nicht spielen. Deswegen sagt uns der Herr hier, dass wir nicht mehr in diese Sklaverei zurückgehen können. Zum Beispiel in die Sklaverei des Gesetzes, des zeremoniellen Gesetzes, die Sklaverei der Sünde, die Sklaverei der Übertretungen. Die Aufgabe der Abfall vom Gott, vom Glauben, ist Sklaverei. All diese Dinge sollen wir lassen und nicht mehr nach hinten ziehen. Wenn wir also schon mal an den Herrn geglaubt haben, sollen wir diese Position immer weiter behalten. Weil es heißt, wer die Hände an den Pflug legt und nach hinten schaut, ist nicht würdig. Wenn wir also schon die Hand an den Pflug gelegt haben, sollen wir beim Messias, beim Maschia bleiben. Wir sollen in unserer Position bleiben und nicht mehr nach hinten schauen. Nicht so wie die Frau von Loth, die nach hinten geguckt hat und dachte, Sodom und Gomorra war viel besser als der Berg, der vor uns steht. Aber wir, wir sollen nach vorne schauen, auf unseren wirklichen Berg, unseren Retter, denjenigen, der uns alles ermöglicht hat, nicht mehr nach hinten schauen. Wir sollen also diese Befreiung, die der Herr uns geschenkt hat, bewahren. Deswegen steht in Jesaja 53 geschrieben von dieser Bestrafung, die unser Friede war, weil wir waren eigentlich dafür bestimmt, bestraft zu werden, geköpft zu werden. Aber er ist zum Pflug für uns geworden, an unserer Stelle. Und er hat alle diese Leiden akzeptiert, damit du und ich, dass wir errettet und befreit werden. So wie im Römer 5, Vers 8 steht, als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Deswegen müssen wir diese Freiheit bewahren, die er uns bieten. Es handelt sich nicht darum, einen großen Mund und kleine Ohren zu haben. Nicht jeder muss dir zuhören, was du zu sagen hast. Nicht das ist die Freiheit, sondern die Freiheit ist folgendes. Er hat uns der jetzigen Zeit entrissen. Er hat uns der weltlichen Musik entrissen. Er hat uns der Sünde entrissen. Er hat uns dem gegenwärtigen System entrissen. Er hat uns entrissen, damit uns die Augen geöffnet werden und wir ein wahres Evangelium predigen. Wenn ihr sagt, ihr seid in der Freiheit, aber ihr kritisiert eure Brüder und Schwestern, dann seid ihr nicht frei, sondern in der Sklaverei. Seien wir keine Heuchler. Das sind die Heuchler, die so handeln. Die heutige Gemeinde, die heutige Christenkirche ist sowas von heuchlerisch. Man lästert über diesen, man lästert über jenen. Und sie denken trotzdem, dass Gott mit ihnen ist. Sie sind Lügner, denn in der Bibel steht, wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder lieben. Wenn wir also die Freiheit behalten wollen, müssen wir auch unsere Position im Maschia behalten. Seid bewahrt im Namen Maschias. Amen.